herzlich willkommen zu einem neuen shop video gestern kam ein ziemlich umstrittenes update in fordnet raus wo man im prinzip tour building entfernt wurde und man dann eben halt nur noch relativ langsam ja bauen konnte und das hat ziemlich viele spieler genervt mich auch und und ja ich habe keine lust mehr zum beispiel zu spielen ich werde noch neuerigkeiten machen und shop video schreibt gerne meine kommentare und ich mache noch abstimmung wahrscheinlich wollte überhaupt noch fort nicht sehen oder seid ihr auch so genervt vom spiel dass sie darauf gar keinen bock mehr habt ich finde die story hinter fordnet immer noch ganz nice was so passiert neue updates und so bringt mir alles noch spaß was spielt selber zu spielen ist einfach nur nervig und ja was soll man nun mal machen epic games hat sich so dazu entschieden großer großer fehler aber wie gesagt man kann nichts daran ändern jetzt auch einen item shop und wir haben hier mal wieder den schlachtenhund er war schon ewigkeit nicht mehr im shop drin ganz netter auf jeden fall ist in ordnung dann haben den silber die silberzahnspitz hacker ist auch in ordnung dann habe ich hier den sonnenvogel charakter ist definitiv auch nicht schlecht mit zwei verschiedenen stilen sogar aber ohne mit helm und dann auch noch die menschen version mit einem orangen rucksack obwohl das kind selbst grün ist bisschen strange egal haben wir noch axtext ganz nett auf jeden fall aber noch die sonnenaufgang spitz hacker finde ich sie ziemlich cool aus auch mit den effekten das aufgeht so richtig wie es in so einem tempel sondern der maya tempel ist das oder maya charakter sind das ja im prinzip so maya tempel die das noch ein bisschen aus aber ich gebe das psychobundle mit den spitzhacken nehmen ziemlich nice aus mit den dringenden kettensägen im prinzip dann ihren animierten backpack und den scan selber ist alles definitiv ganz nice kann sich kaufen haben wir den halunken ist auch ganz nett das gehen dann haben wir sternstab hat ganz nice effekt auf jeden fall mal mit dem schien goldenen blitzernden sieht ganz nett aus aber quadrat strom weiß ganz ist die lackierung neu ist jetzt nicht allzu spezielles hätte man auch als grüne lackierung machen können da ein bisschen zu teuer dann haben wir die waffenexpertin das gehen auf jeden fall ist eigentlich ganz nice wobei er auch eigentlich hätte grün sein können und nicht blau weil es deutlich bessere blaue skins gibt aber gut geölt ganz nice im mod namen röpsel der liegestützt im rot oder alternativ kann ich glaube ich auch im gröpsel rauskommen genau es ist zufall bedingt ist definitiv ganz netter schubs in ordnung wie gesagt schreibt mir gerne eure meinung sofort nach den kommentare und dann bis zum nächsten video und ciao